Meine Damen und Herren, heute sehen wir einfach mal, wie wir eine Ansiedlung so schnell wie möglich befreien und damit an andererseits und willkommen zurück bei Just Cause 3. Ich bin mal gespannt. Oh, die Sonne geht schon wieder auf. Ich werde gleich mal loslegen. Gut, wir haben jetzt schon ein Plakat erwischt, aber ansonsten ziemlich kleine Ansiedlung und ich werde jetzt einfach mal zusehen, dass ich diese Ansiedlung hier so schnell wie möglich befreien kann. Also legen wir einfach mal los. So, wo ist der Spaß? Da hinten. Ups, naja, das war zu weit. Schon mal ein Zeitverlust. Oh Gott, ist das traurig. So, nächste ist da hinten nochmal. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Ey, wir dann einfach mehrere Wege, unnötige Wege gehen. Hm, hier liegt noch irgendwo ein Tagebuchschrein. Ich schätze einfach mal Tagebuch. Falsche Seite. Da ist ja ein Helikopter. Ach nee, das ist was anderes. Hierher. So, so. Also es ist ein kleines Dorf, deswegen war das schon wieder eine andere Mission. Ich dachte, das wäre noch irgendwas mit den Monitoren. Aber nee, ist so eine kleine Herausforderung. So, das hätten wir auch. Nächstes. Die Polizeistation müssen wir noch einnehmen. Da können wir jetzt als nächstes mal hin. Ah, das Rebell ist gestorben. Begegnung abgeschlossen. Mhm, mhm, mhm. Sehr interessant. So, so schnell es geht. Relativ gesehen. Okay, gehen wir. Ach, weißt du was? So, gucken wir mal. Au. Au. Das war ich. Ich hab uns beinahe umgebracht. Verdammt, ist das heiß. Und die gucken da immer noch mit dem Helikopter da oben rum. Also Theo und Annika. Interessant. Was, das Ding hat sie überlebt? Was lagen da so Explodives davor? Hallo? So, mal kurz nachgeschaut. Was müssen wir noch alles erledigen? Mh, Propaganda-Plakat. Ja, Generator, Flagge hissen und Polizeistation. Rebellen rufen also. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier die Polizeistation. Verstärkung. Ziel neutralisieren. Schnell. Die Polizeistation fertig. Irgendjemand hat wen. Zu Rebellen gerufen. Gefangene. Ach, drei. Das ist jetzt aber ein Heli, der mich nicht mag. Äh. Äh. Wo? Ach, da. Hä? Ist die wieder abgegangen? Mann. Also ich hab jetzt keine Lust. Die lachen wieder. Ich hab jetzt nicht das Bestreben, das einfach so schnell wie möglich nach Rekordzeit zu machen. Aber einfach mal Beeilung. Beeilung bei dieser Ansiedlung hier. Die ist auch gar nicht so groß. Da ist ein schöner Fässer. Die kann ich mir nicht nehmen lassen. So, und wo ist ein Gefangenen denn jetzt? Ich kann niemand vermissen. Oh Gott, da stehen ja gleich drei Leute. Moment. Okay, mehr als drei. Moment. Mistgranaten sind alle. Ah. Schade. Dann halt auf die andere Art und Weise. Kommst du her. Und schon machen sie schlapp. Du auch noch? Schön. Aber, ach so, das ist gar keine Gefangenenstation. Da kommt die bösen Leute bloß raus. So, weiter zum Schnellmachen. Hier wollen wir öffnen. Was wir uns da genauer davor stellen müssen. Das nervt schon. Ah. Nein. Einfach mal so umgehauen. Er lebt ja nach. War aber zu erwarten. Ein so'n Stoß macht ihn nicht gleich tot. Das dann doch nicht. Ach so, wir waren da drüben gar nicht fertig. Ach Mann, oh. Äh, wieder zu weit. So, diesmal nicht stören lassen. Dann kommt wieder jemand. Ah, noch eins auch. Ein Krieg. Oh, hier steht ja noch was. Ich glaub, das ist kugelsicher. Hm, haben wir nicht noch hier? Ja, mal. Hör doch auf. Dann müssen wir uns da noch mit unseren Minen behelfen. So. Es ist immerhin rot. Es ist bloß ein Container. Nee, ist irgendwas mit Strom. Da ist schon so ein entsprechendes Zeichen dran. Dann. Sind wir. Ich bin sowas von bereit. Äh, lass die mal bloß rufen. Ich schnapp mir erst mal. Und sind Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Erst mal Waffen, wollte ich sagen. Aber liegt eine Schrotflinde. Ich würde die einfach mal ausprobieren wollen, wenn wir denn gerade schon hier das Scharfschätzchengewehr haben. Was ablegen? Nee. Ach so. Gibt's dafür einen bestimmten Slot? Moment. Ich würde eben ganz gerne hier ablegen. Das. Und dafür Schrotflinde mitnehmen. Aber nee, der will, dass wir das Gewehr ablegen. Pistole. Alle Einheiten zurück auf ihre Posten. Der Rebell ist entkommen. Ach. Hervt mich doch nicht mit eurem Mist. Ah, da ist ja das Plakat. Dann schnell dahin. Dann haben wir das auch geschafft. In fünfeinhalb Minuten. Also fünf Minuten aktuell. Aber es wird bestimmt noch eine halbe Minute dauern. Bis wir eben noch die Flagge gehisst haben. So. Er hat einen Fallschirm. Er hat einen Fallschirm. Da sich das noch nicht herumgesprochen hat. Also das war mir auch schon klar, dass ein Rigon einen Fallschirm hat. Aber anscheinend sind wir dann eben doch noch etwas unbekannt. Aber es kann ja auch nicht jeder jeden kennen. Von daher ganz verständlich. Und Ansiedlung befreit. Sinta gehört uns. Mal schauen, was Alessia dazu sagt. Garage. Schön, schön. Eine von sieben. Ja, Feuerwerk. Es ist zwar schon vorbei, das gute Silvester. Aber sowas kann man immer mal wieder bringen. Ja, wohin als nächstes? Wir könnten ja zur nächsten Mission gehen. Wo wäre die denn? Wieder in unserer Höhle? Nee, da oben. Dann würde ich aber mal sagen, arbeiten wir uns nach vorne. Also, wir machen uns jetzt auf den Weg dahinter. Aber da nehmen wir vorher noch hier was mit. Also hier auf jeden Fall. Genau. Und dann würde ich sagen, das noch und vielleicht hier noch das größere Gebiet, die größere Stadt. Das ist angedacht. Und wohin? Halt, die Kapselnhaus zu sammeln. Wo genau? Hier. Die DRM-Truppen in Chinta sind Geschichte. Jetzt brechen neue Zeiten an. Aber noch ist der Kampf nicht vorbei, Freunde. So, warten, Alessia scheint fertig zu sein. Tag 35. Ausbilder Duschkuh, dieser armen Narr, hält sich tatsächlich für intelligent. Während das fette Schwein lacht, zermalme ich mir die Zähne, um keine Reaktion zu zeigen. Seine Kurzsichtigkeit trieft genauso aus seinen Poren wie sein mit Drogen versetzter Kaffee. Ja, sind schon alle nicht ganz normal. Kann man, glaube ich, so umfangreichend und abschließend zu allen Sagen, zu den ganzen bösen Jungs. Aber ich würde ganz gerne das hier noch einnehmen, wenn es sich einfach mal in den Weg stellt. Ja, warum nicht einfach mitnehmen? Wir müssen es irgendwann sowieso machen. Von daher, gönnen wir uns den Spaß einfach. Meinen Raketenwerfer habe ich zwar immer noch nicht. Und hier ist auch nichts aufgefüllt. Warum laufst du schon wieder so schön, Rico? Erstmal Waffen holen. Vielleicht ist ja hier ein Raketenwerfer dabei. Nee, Granatwerfer. Na gut, dann eben Granatwerfer. Äh. Das war ein Raketenwerfer. Oder ist einer, aber das Spiel ist gerade mal kurz stehen geblieben. Ruhe. Also jetzt gab es keine Probleme. Vielleicht das erste Mal einsetzen. Aber der Raketenwerfer ist egal. Der gefällt mir. Ja. Hohoho. Der schießt ja gleich fünf Raketen oder so. Eine kleine HVM oder wie? Komm nicht zu dir hoch. Moment mal. Bin schon da. Hallo, Sniper. Hallo. Oh, er fällt runter. Der nächste, bitte. Ja, um die will ich mich jetzt eigentlich nicht unbedingt kümmern. Und deswegen gehe ich mich einfach mal an die Örtlichkeiten hier. An die Objekte zu schaffen begeben. Irgendwie sowas. Dass da noch halbwegs ein Satz rauskommt. Verstärkung muss nicht sein. Hätte ich aber jetzt auch nichts dagegen. Ne, das reicht wohl nicht. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Bla, bla, bla. Unterstützung. Als ob wir uns schon jemals davon haben aufhalten lassen. Ja gut, ab und zu schon mal etwas. Aber also richtig noch nicht. Dann pappen wir die mal zusammen. Mal gucken, ob die sich ärgern. Ja. Oh, 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 oh. Und in die Richtung auch noch. Da ist noch was Rottes. Und noch eine, die Schüsseln da, oder? Ja. Die Satelliten-Dingsons-Anlagen. Na, da reißt wohl eher unser Seil. Ja. Das reicht. Einfach an der Schwachstelle. Und Gardia, was Massos, eins gehört an. Super. Das war sogar noch schneller als die letzte Ansiedlung. Von daher können wir da durchaus noch ein paar mehr mit neu. Hm. Es macht schön warm. Leuchtfackeln für die Schnellreise, falls wir die wieder haben wollen. Das lasse ich einfach mal. Und wir machen uns weiter. Eigentlich habe ich ja da hinten was vorgesehen, was wir als nächstes angehen. Aber es kommt einfach an, an das, als man denkt. Dann wird es hier heute einfach mal eine ganz produktive Folge. Einfach so viele Ansiedlungen mitnehmen, wie irgendwie möglich. Die ganz großen sind sie jetzt nicht. Also da haben wir ja schon einige erlebt, die dann mal eine gute, ja, anderthalb Folgen gingen. Ah, einen Heli haben die da. Und wir hätten auch gleich einen. Aber da hinten ist eine Luftabwehrmaßnahme. Deswegen würde ich mich gerne erst mal um die kümmern. Ja, ich fliege. Deswegen kümmere ich mich erst mal um den Heli. Verstärkung will er rufen. So, so. Mehr Waffen. Mehr Feinkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Ah, habe ich vorhin die Miene nicht ganz gesetzt? Achtung. Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Weil es hat jetzt noch etwas gedauert, bis Rico da wirklich auch was angebracht hat. Das könnte vorhin der Fall gewesen sein. Bis ich mich eben so gewundert habe. Sogar zwei Helikopter. Das ist ja cool. Das war die Laterne, oder? Ne, das war das Rohr, was dran war. Komm, du nervst mich doch nur. Deswegen gehst du mal da dran. Ach, das war's schon. Das waren bloß die zwei Tanks. Ja, das geht immer schneller. Aber gut, will ich mich nicht beschweren. Und plupps sind unsere blauen Leute da. Oh, der Heli ist weg. Munition. Haben wir hier sowas? Ja, da hinten. Oh, geil. Aber ich würde ganz gerne diesen neuartigen Raketenwerfer behalten, von dem wir jetzt noch wie viel Schuss haben? Vier. Der hat ja doch Bums. Ah, der hat ja keine Geschütze, ne? Ne, der ist auch uninteressant. Dann würde ich nicht damit fliegen. Wir wollen weiter. Hey! Wir fliegen jetzt hier hoch. Genau, das nehmen wir ein. Das auch noch, weil es jetzt so schnell ging. Und dann oben zur nächsten Mission. Das ist zu niedrig, ne? Ah, fliege ich lieber am Festland etwas entlang. Ansonsten verliere ich da irgendwie die Höhe. Und dann muss ich da vielleicht noch schwimmen. Ne, 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 ne. Lieber nicht. Äh. Mist. Ja, genau deswegen. Aber da komme ich schon wieder aus dem kühlen Nass heraus. Äh. Jetzt. Da wäre eine Mission. Und diese Spielwelt. Also richtig schön anzusehen. Da die vielen kleinen Bötchen. Fünf an der Zahl, die wir jetzt, na, nicht mehr so ganz im Bildschirm haben, weil der ist schon weiter weg. Schön. Hallo ihr. Oh. Ich lasse mal kurz los. Ach, das waren sogar rote Jungs. Ich wollte mir das Boot schnappen. Ups. Ups. Haken unter Wasser geht nicht. Ist ja interessant. Das hatte ich jetzt nicht so geplant. Hallo. Näh. Ah, jetzt bin ich dann doch drauf. Moment, ich schnapp mir den Minigun. Das 50er Kaliber. Wo ist er? Oh Gott, es kommt nicht so weit rum. Hören Sie doch auf. Hören Sie auf. Sie auch. Von daher, weg mit dem Boot. Das Boot wollen wir nicht. Wir haben es. Das Ding fährt sich auch gar nicht mal so unflott. Hat natürlich jetzt keinen Nitro oder auch keinen Sprung, weil das einfach Boote der bösen roten Jungs sind. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich werde das Boot gegen den Felsen semmeln. Achtung. Andras. Mist. Ah, es kommt. Manchmal staune ich selbst über mich. Diese eiskalten Sprüche dazu auch noch. Schön. Hm, habe ich da nichts befestigt? Ich dachte schon. Ich dachte, das habe ich noch hinbekommen, aber... Fäuchst gedacht. Hm, dieses Geklimper, wenn man über diese Ziegel rennt. Über die Dachziegel. Das fand ich auch damals bei das Ornod schon so toll. Was ich aber selbst noch nicht gespielt habe, sondern bloß als Let's Play gesehen habe. Also, über die Dächer da zu stapfen bei... Was? Ist das was gefährlich? Das kann doch nicht sein. Da über die Dächer zu stapfen bei Disornor, das ist schon cool. Da hinten wäre die Polizeistation, die wir erstmal befreien müssten, beziehungsweise hier ein Plakat. Ehe ich das wieder übersehe und auf die Karte schauen muss, reißen wir es nieder. Die stören mich jetzt nicht, die lasse ich einfach mal rufen. So, stellen wir uns da vor. Leider kein Knopf, die Knöpfe habe ich schon mal benutzt hier. Also, um eben die aufzumachen. Die Tore. Ich glaube nicht. Ups, das war Verschwendung. Ich wollte eigentlich mit der Pistole schießen, aber so schnell hat der Reko die Waffe gar nicht gewechselt. Und deswegen... Ja, schon blauer. Hä, ist das Loch wieder zugegangen. Und deswegen habe ich gerade eben mit... ...nem Spatz auf ein ganz hässliches Entlein geschossen. Ups, das war der blaue. Hau doch ab, geh in die Wand. Hm, kaum Entfernung, aber umgehauen. So, du musst noch dran glauben. Jo. Ein Wettkrieg hat weniger, ein Problem weniger. Ah, ich finde das schön, was man mit dem Greiffarken alles anstellen kann. Dieses Zusammenpappen, das ist schon eine sehr schöne Mechanik. Ne. Das behalte ich mir hier auf. Hierfür. Bombs. Oh oh. Rebellenrufen. Ach, hier unten noch. Da ist jemand, den lasse ich jetzt einfach mal. Wie umgefallen ist. So. Da oben dran. Na, kommen sie hier rein? Oder bleiben sie draußen? Hallo, warum hast du ihn nicht umgebracht? Oder ihr? Hä? Jetzt ploppen die einfach wieder auf und kriegen die Schranke auf den Kopf. Haha. Gut. Ein Plakat noch. Lautsprecher und die Statue. Und das ist alles nicht hier drin. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Schön. Also hier hatten wir schon zwei Plakate. Verstärkung ist unterwegs. Ist das so ein Propagandagedöns oder ist das einfach nur ein Linienbus? An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. So, komm mal runter. Runter. Oh. Gerade noch so retten können. Das war schon eng. Ah, gut. So, wo ist der beknackte Rest hier eigentlich? Hier wird bestimmt die Fahne sein. Da ist die Statue. Hier ist ein Lautsprecher. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Du machst schon wieder irgendwas verbrennen. Wir können doch nicht alles verbrennen, was uns nicht gefällt. Da unten ist das Plakat. Oh, ein schöner Baum. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Der ist schön gewachsen. So, du Blödhans. Du gehst nach hinten. Okay. Zu zweit. Nee. Können wir das Bein rausrupfen? Nee. Jetzt wird's aber interessant. Dann auf das Haus. Dann halt anders. Ah. Genau. Ach, jetzt kann ich nicht zuschlagen oder was? Naja. Machen wir's halt anders. Oh ja. Wir sollen liebe Menschen, also Sie der Ege. Und Sendung. Autsch. Äh, keine Ahnung, was ich hier mache. Ich glaub zerstören. Na, das war doch ein Propaganda-Auto. Ich seh's gerade. Da ist noch ein Symbol für ein Fahrzeug. Und das wird eben so ein Propaganda-Wagen sein. Mal schauen, ob wir den noch hier irgendwie abfahren können. Da hinten. Nee, ist jetzt, glaub ich, ein normaler Laster. Oder? Ach nee, sind einfach die Jungs. Haben die einen Lautsprecher dabei? Das ist kein Lautsprecher-Propaganda-Wagen. Die sahen anders aus. Die sahen eher aus wie so ein Eiswagen. Aha. Da hinten steht er doch. Nicht wegfahren. Jetzt bleibt doch mal. Die Granaten sind fast alle. Gerade. So. Noch geschafft. So, Lautsprecher irgendwo rechts von uns da oben. Gott, den machen wir noch. Und dann müssen wir noch für Verwüstung sorgen. Das bekommen wir hin. Ja, ja, nutzen, blutzen. Nicht den Raketenwerfer. Nicht nochmal. Das wäre noch Verschwendung. So, jetzt müssen wir noch etwas randalieren. Irgendwas zerstören. Bestenfalls ein Auto der Roten Jungs. Hier ist noch irgendwas zum Einsammeln. Flagge hissen ist noch nicht. Wir müssen noch mehr Chaos anrichten. Dann hier. Bringen wir es hinter uns. Das reicht nicht. Dann hier. Ich verwüste sein Gesicht. Und es zählt. Ach, Polizeistation musste noch eingenommen werden. Gut, dann Flagge hissen. Da sind wir schon. Wunderbar. Hätten wir das auch geschafft. Also, Soljana gehört uns. Und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Macht's gut. Und tschau, tschüss. Tschüss.